Speed, Barksman, Elite und Giant. Nehmen wir noch einen Giant. Und ja, schaff, 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 schaff. So. Wer bist du? Wer bin ich? Er ist, äh, Rocket-Oise und Quick-Supply mit Panzern und Crawlern. Äh, okay. Da kommen zwei dazu. Wie hab ich das nochmal gemacht? So. Und dann natürlich. Schaff, schaff, schaff. Okay. So. Okay. hmm, kriegen wir die vielleicht? ok, er stellt sich breit auf, ist hier natürlich dann zuerst da, dann kriegen wir richtig rein rein, aber Sidewinder Manöver, weißt du, mal schauen oder knallhart Upgraden geht natürlich auch Speed it up, aber Sidewinder kostet 200 ne, boah 200, ne, doch, ich muss die Accorddown da hinstellen, hmm, tja, da ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen ok, 3 Scharfschützen, ich nehme 3 Scharfschützen, die können, wait, 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 7 und 8 naja, wohl, er weiß, was er da macht naja, richtig, ich bin ein Rhymer, mhm, und meine Rhymer sind immer von Eimer ok, Sidewinder, ich verspreche es euch, ich höre jetzt auf, Sidewinder und hoch damit, auf Fahrt weil es so schön war, hier auf jeden Fall eine Rakete und trotzdem mehr Scharf da würde ich die hier abzuziehen, aber dann würden die ja auch noch da laufen, das können wir später machen, die Rakete soll erstmal hier richtig schön, lecker schmecker, schön und alles hier weg snacken, jam 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 so, keine fiese Flanke oh, warte doch, wässe, bösartig, kommen die in die Flanke nein, kommen sie nicht gut, sehr gut ich kann meine Scharfschützen und regeln jam 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 ok so weit so gut Ach ja, jetzt könnten, äh, Reichweite gebrauchen, ne und der ultimative Sidewinder-Plan ist ja, dass die dann irgendwann abbiegen und sich gar nicht um den Tower kümmern fast 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 oh, kommt schon schade 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 schade, schade so eine Beaten komm, hier muss ich Supply nehmen und jetzt wird die aber abgehört hochgelenkt muss ich mal so sagen, ne wenn wenn ver los eh wir ein ok und auf jeden fall was gegen die luft achso und ich hatte ja gesagt upgraden ja und die sollen auf jeden fall später noch mal reinkommen als er macht was gegen die erstmal so kleiner hinterhältiger aber es bleibt bei einer schon mal gut und die hälfte wird abgezogen vielleicht snacken die hier nicht lang genug es lohnt sich nicht drei schafft hier da muss jetzt was dickeres her gefällt mir nicht ok dann was dickeres jetzt weiß ich auch warum jetzt weiß ich auch warum sowas wusste ich habe mir das meine garm Und dann geht's. Das hat's gemacht. Ich könnte auch sagen, ich bin ja eh hier schon aufgestellt. Lass mal das so. Ich guck mal, wie's läuft. Komm. Sehr schön. Oh, das ist fies. Okay, erst dann... Komm. Nicht so geil. Aber die würden ja auf der rechten Seite auch regeln. Gleichheit. Jetzt mach es. Das war sehr gut aus. Das war's. 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 Das darf ich einfach nicht vernachlässigen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, adressiert wird das hiermit. Dann haben wir hier auf der Seite zu wenig Chaff. Hier kommen nur drei durch. Das ist mal okay. Hoffentlich machen die den fertig. Wahrscheinlich nicht. Er hat hoffentlich auch keinen extra. Okay. Oh, er ist direkt drauf. Fies. Tja, der Melter zieht durch. Hoffentlich macht er was mit seiner Reichweite. Komm. Das wäre ziemlich geil, wenn die das machen würden. Ein Schuss noch. Danke. Jutsch. Hm. 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 Komm. So, so was von. Ja. Ähm. Aber auch hier. Hm. Hm. Ja. Hm. Hm. Auf jeden Fall Reichweite, ich würde echt gerne noch einen haben, ne? Just in case. Die müssen trotzdem wieder schnell weg, dann können die auch direkt hier hin. Achso. Und? So langsam, die müssen weiter nach vorne, gut zu wissen. Jetzt habe ich da kein Anti eher. Nein, schieß, halt ihn auf. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, da zieht natürlich jetzt nicht so geil aus. Macht ihn fertig. Schade. Okay. Oh, ja. Bisschen. Ein Gewitter. Auch hier. So, was habe ich jetzt gesagt? Hier muss auf jeden Fall noch was kommen. Ja, ich würde sagen, Hacker bringt nichts, oder? Achso. Wenn er verkauft, steht er wenigstens weiter vorne. Und hier auf jeden Fall noch ein paar Loots. Das bringt nichts, ne? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Vielleicht. Das bringt nichts. Hm. Weiß nicht. Immer noch das Shifting. Er kriegt noch ein Level. Er kriegt Reichweite. Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ah, Replika. Hund. Da habe ich es einmal weg gemacht, ne? Es replizierte sich da wieder. Teufel. Okay. Sieht nicht so geil aus. Ja, der Tower wieder. Ich meine, ich stelle da auch einfach einen Flammenwerfer hin. Na, es ist gut. Mist. 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 Ich würde sagen, dann sind die Würmer. Das ist sowas von ein... Upgrade für die Dudes hier. Und hier noch ein Degen. So, wir haben es ja. Vielleicht kommt er ja auch nicht auf die Würmer, klar. Mist. Den habe ich schon gekauft. Den habe ich schon gekauft. What now? Genau. Schild kostet 4,50. Range. Range, range, range. Und ja, ich habe halt überhaupt keinen Bock auf die, ne? Können leinen. Und das Ganze hier auch machen. Schön warten, bis die kommen. Wisst ihr? Hier noch ein chilliges Schild. Ah, scheiße. No. So, sterbt. So sind wir hier fertig. Danke. So. Und darunter. Okay, sehr schön. So, der hat sich ihn hier geholt, ne? Dann brauche ich mehr Melter. Einfach mehr Melter. Er steht einfach da. Er steht einfach da. Er macht einfach nichts. Ganz aufgeregt. Also, du musst jetzt nicht auf ihn schießen. Ganz ehrlich. Können wir noch mal drüber reden. Anti-R vielleicht? Aber Anti-R ist ganz gut. Wie Scharfschützen habe ich denn? Weiß ich gar nicht. Ach, da breche ich mir sogar die Hand. Uff, uff, uff. Okay. Oh, er wollte mir was sagen. Sorry. Ja, auch wieder eine holprige Runde, würde ich mal meinen. 25 dazugekriegt, also letztens minus 9, jetzt plus 25. Ja. Da sehen wir so langsam die 1,3. Aber ganz ehrlich, so 1,3 fühle ich mich nicht. Ich versuche mich erstmal an die 1,2 zu klammern. Ja, und dann machen wir weiter. Und zwar in der nächsten Runde. Bis dann. 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 Bis dann.